So, Hallöchen, liebe Freunde. Ich habe ja die Gewerteten dieses Wochenende bis zur höchsten Liga gespielt und nun öffne ich meine Belohnungen. So, Großmeisterliga, was haben wir? 2 Millionen Silber, 3 Premium Tage, 25 Seasonpunkte, die Medaille, Tarnungen, Embleme, eine Kommandantenkiste, 3 Generalskisten und 5 Heldenkisten. Ich habe gerade noch eine Runde gespielt. So, dann öffnen wir mal die Kisten. Fangen wir mit der Kleen an. Öffnen und 50.000 Silber, 150 Gold, 600 Freie P. Okay, wir hatten 6600 Gold im Dreh. So, dann die Generalkisten. 275 Gold und 2600 Freie P. Weitere öffnen. 25.000 Silber, 275 Gold und ein Premium Tag. Und die letzte Generalkiste. 275 Gold, 1000 Freie P. und ein Vierfache P. Booster. War ja nicht so erfolgreich die ersten vier Kisten, aber jetzt kommen ja die Heldenkisten, wo es erstmal interessant wird. Fangen wir mit der ersten an. 425 Gold, ein Premium Tag, ein Silberboost. 425 Gold, ein Vierfach-EP-Boost, ein Vierfach-Besatzungs-EP-Boost. 825 Gold und ein Silberboost. So, zwei Kisten haben wir noch. Komm, eh ein Panzer sollte doch dabei sein. Ah, wieder nicht. 675 Gold und ein Zehnfach-Besatzungs-EP-Boost. So, und die letzte Kiste. 100.000 Silber, 425 Gold und 1750 Freie P. Also war das ein nicht so erfolgreiches Opening. Gut, danke fürs Einschalten. Lass gerne ein Like da und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschau.